Mein Name ist Josy, ich bin der erste interaktive Geldausgartenautomat und werde Sie jetzt durchs Nimmel führen. Ja. Toll, ne? Ja, ja. Sagen Sie eins, wenn Sie Geld abheben möchten. Eins für Geld abheben. Ja. Sagen Sie zwei, wenn Sie Ihren Kontostand abfragen möchten. Zwei für Kontostand. Ja. Und sagen Sie drei. Jetzt werden Sie noch nicht komisch. Nur mitgedacht. Sagen Sie drei, wenn Sie sich mit einem unserer freundlichen Kundendienste mit der Dei da verbinden lassen wollen. Ja. Verstanden? Ja. Okay. Bitte wählen Sie jetzt. Ja. Und jetzt können wir also wählen eins, zwei oder drei. Okay. Das Tolle an der Geschichte ist, egal in welcher Reihenfolge. Sagen wir mal, man würde zum Beispiel... Alles in Ordnung? Bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Warum? Ist ein Testlauf. Okay. Ich mach's ganz einfach. Sagen wir zum Beispiel mal eins. Ja? So. Jetzt haben... Sie möchten sich mit einem unserer freundlichen Kundendienste dabei da verbinden lassen. Nein, ich habe eins gesagt. 20 Euro, wenn Sie drei sagen. Nein. Nein, ich möchte eins. Warum? Ich möchte Geld abheben. Warum? Weil ich Geld brauche. Wofür? Das möchte ich jetzt so hier nicht sagen. Ein Moment bitte. Was machen Sie da? Ich rechne. Warum dauert das so lange? Windows. Habt ihr auch einen PC? Bitte stecken Sie jetzt Ihre EC-Karte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Nicht da unten, Sie Ferkel. Wo dann? In der Mitte. Alles rum. Mit den Magnetstreifen unten rechts. Von Ihnen aus oder von mir aus? Von mir aus. Scheißegal. Ich mach das manchmal auch hier an der Tankstelle. Manchmal gibt es ja manchmal diese Aufkleber. Sie reden sehr gerne, ich fahre. Vielen Dank. Ich mach ein Moment, dass die Auftragsdaten da geht. Ich nehme stark an. Sie rechnen. Ich stecke fest. Wenn ich mal eine Zwischenfrage stellen darf. Ja? Wo wollen Sie überhaupt hin? Ich muss schauen, ob Sie auch genug Geld haben. Entschuldigung, aber sehe ich aus wie ein Betrüger? Siehe ich aus wie ein Geldautonat? Und muss ich jetzt noch irgendwas eingeben? Ja. Was? Die Geheimzahl. Die Geheimzahl. Ja. Wie gebe ich dir ein? Was? Wie gebe ich dir ein? Was? Die Geheimzahl. Warum flüstern Sie denn so? Ich dachte, wegen der Geheimzahl, wie gebe ich die denn ein? Lautsagen. Kann ich nicht auch ans Ohr flüstern? Hab kein Ohr. Kann ich nicht auch flüstern? Von hier aus. Ich wiederhole. Eins, vier, drei, fünf. Nein, vier. Falsch? Noch mal eingehen. Eins, fünf, vier, drei. Nein, vier, fünf. Zwei, nein, falsch. Ihre Karte ist an Einheiten. Nein, vier, fünf, vier, fünf, 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 fünf Vielen Dank.